Whatsapp-Status-Meldungen in real! Geil! Ne Banane! Geil Banane! Lecker! Kenn ihr das? Steht morgens auf ein Zeittopf hin? Nein? Ich auch nicht! Die, die es nicht kennen! Boah, nee, Alter! Die, die es kennen! Oh, ist das ein wunderschöner Tag heute! Das ist so ein geiler Tag, man! Ja, ihr habt sofort die Tag, man! Ja, man, es ist schon 6.30 Uhr! Geil! Merkt ihr, aus einem Lappen wird nie ein Handtuch? Es ist alles eine Frage der Magie! Vingarium Liviosa! Ups! Was ist hier passiert, Freunde? Das geht besser! Oh Gott, ja, ja! Hoop-Spray? Boah! Okay, schnell weg mit dem! Boah! Danke! Hm, Kleidke! Aber immer noch kein Handtuch! Ah, ja! Ah! Dude! You need some milk? Yes! Andere Menschen studieren, schreiben, Doktorarbeiten und so weiter! Und ich stecke mit meiner Hand in der verdammten Prinzenrolle und bekomme den Keks nicht heraus! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ich brauche keinen Sex, das Leben fickt mich jeden Tag. Boah, hab ich jetzt mal wieder Bock auf Sex, hatte ich schon lange nicht mehr. Ihehe, not today. Fick dich. Yo, das war's für den Video, wir hoffen, es hat euch natürlich gefallen. Und wir würden uns natürlich mal wieder sehr, sehr freuen, wenn ihr dem Video mal wieder einen Daumen nach oben gerastet. Vor allem für den sexy Boy hier, oder? Ja, richtig heiß, richtig heiß. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dass wir die Statusmeldungen, vor allem eure Statusmeldungen verpackt haben in den Sketches. Das heißt, ihr könnt euch auch gerne für weitere Folgen, wenn wir es nochmal machen sollen, weitere Statusmeldungen in die Kommentare schreiben. So ist es, bomb die rein, Alter. Ja, ich bin schon richtig harter Trucker, bist du, aber, ha? Yeah, baby. In diesem Sinne, der Joggle wünscht euch noch einen schönen Tag. Tch, du bist ein Schwarz. Ihr wollt jetzt gleich unser letztes Video angeblendet, checkt es auf jeden Fall ab, könnt ihr einfach draufklicken und dann kommen wir zum nächsten Video. Genauso wie hier kommt der Abonnenten-Button, da könnt ihr einfach auch draufklicken zum Abonniere. Voll reinhauen, Alter. Wie hier Bilder aufgetaucht, beziehungsweise auf der Plattform Snapchat, hat Melina halt eigene Snaps hochgeladen, wie...